3, 2, 1, now you see it's on the countdown Hi, yo Leute, was geht? Im Morning Random Parts soll es um das Dueling Fates Update gehen. Das Dueling Fates Update für Dukta 2 ist nun seit ein paar Tagen auf den Live-Servern und ich habe die ein oder andere Runde gespielt und muss sagen, dass das Update tatsächlich viel Potenzial hat, gut zu sein. Natürlich kann ich nicht von Valve erwarten, dass Helden, Items und Talente binnen der ersten Woche genervt oder gebufft werden, dennoch wünsche ich mir, dass einer der neuen Helden namens Dark Willow etwas angepasst wird. Dark Willow ist ein Support Intelligence Zero, welcher in kürzer Zeit viel Schaden verursachen kann und einige Desables mit sich bringt. Das Problem an Dark Willow dürften im Allgemeinen die Cooldowns der Fähigkeiten und das Level 25 Talent sein, welches dem Helden plus 200 Attack Speed gibt. Das Tolle dabei ist, dass er nicht nur von niedrigen MMR Spielern als zu stark eingestuft wird, sondern auch von Pros, Casteln und High-MMR Spielern, was im Ganzen einen gewissen Monkey-King-Flair gibt. Dark Willow macht natürlich sehr viel Spaß zu spielen und durch die verschiedenen Desables, die man hat, ein Stun, der erst nach einer gewissen Zeit eintrifft, den man also auch dodgen kann oder ein AOE-Stun im Endeffekt, in dem man aber allerdings reinlaufen muss, macht der Held natürlich sehr viel Laune. Ja, er ist ein ziemlich guter Harasser im Early-Game, aber gefühlt, da dieser Held zwei Ultimates hat, ist der Held einfach zu stark irgendwie. Natürlich kann man beide Ultimates nicht gleichzeitig einsetzen, aber sollte man in einem gigantischen Teamfight seine erste Ultimate, beziehungsweise die Ultimate, die auf der Taste R liegt, Terrorize einsetzen, kann man danach sofort seine zweite Ultimate, die auf D liegt, einsetzen und die macht halt unglaublichen Damage. Ja, das ist so ein Problem mit Dark Willow, was ich ziemlich problematisch sehe. Der Held wird ziemlich oft gebannt und viele Leute raffen das auch nicht, wie stark der Held ist, Gott sei Dank. Bis jetzt wird er noch nicht so arg abused wie Ark Warden, als damals vor zwei Jahren war, wo ja viele Leute ziemlich viel MMR gegaint haben dadurch. Ich hoffe allerdings, dass man Dark Willow bei Zeit nochmal anschaut und die Cooldowns vielleicht ein bisschen rescaled oder verändert oder generell da einen gewissen Cooldown reinbringt, der besagt, dass wenn Ultimate 1 gecastet ist, dass man x Zeit warten muss, bis man Ultimate 2 casten kann. Pangoli hingegen fühlt sich recht balanced an, obwohl bis jetzt kaum einer wirklich weiß, auf welcher Lane diese Held als was fungieren sollte. Die meisten sehen ihn als Off-Laner, da er dafür gute Spells hat und andere sehen ihn nach wie vor als Carry. Ich hatte viel Spaß mit Pangoli tatsächlich, denn sein Cooldown ist der erste Vortex-Skill in Dota 2, was man ja ruhig mal anpreisen kann tatsächlich. Genauso wie Stark Willow, der erste Held, der zwei Ultimates hat tatsächlich. Ich weiß nicht, Swash Buckle heißt Pangoliers Cooldown, der ist halt ziemlich nice, weil man kann ziemlich viel Schaden austeilen, man kann ziemlich gut Counter-Pushen oder generell ziemlich gut pushen und wenn man halt genügend Farm hat, dann macht das Coo auch wirklich gut Damage. Also ich meine Attack-Modifier wie beispielsweise Mjolnir, User Blade, Desolator, das sind alle so Dinge, die halt darauf blocken können und das ist halt ziemlich insane tatsächlich. Aber der Held fühlt sich nach wie vor ziemlich balanced an, wobei man natürlich sagen muss, keiner weiß so wirklich, wie man ihn spielen soll. Ja, ich sehe ihn so als Offlane oder als Glass Cannon, Glass Cannon deswegen, weil er viel Damage raushauen kann. Aber wenn man ihn als Glass Cannon spielt, dann ist es ja eher eine Carry-Rolle und ich sehe ihn eher als Position 3, also eher auf der Offlane, so als Semi-Carry tatsächlich. Weil er kann ziemlich viel enablen, gleichzeitig kann er ziemlich wenig tun, das ist einfach total weird. Ja, du hast ein Coo, dein Main-Damage-Spell, du hast ein W, welcher dich tanky macht, du hast eine passive E, die ziemlich gut ist gegen rüstungsintensive Helden und dann hast du eine Ultimate, wo du rumrollen kannst. Ja, das ist so, ja, eine ziemlich weirde Combo, aber an sich fühlt sich der Held einfach viel balanced an als Dark Willow beispielsweise. Generell ist das Update sehr interessant und bringt einige Neuerungen mit sich, neben den vielen angepassten Talenten und Hero Changes, wovon natürlich einige stärker als andere sind. Gibt es ein paar Map-Veränderungen, die anfangs etwas bisschen weird waren, aber dann man sich relativ schnell daran gewohnt hat. Und es soll dann in zwei Wochen, so Pi mal Daumen, das Ranking resettet werden. Alles an MMR wird resettet, auf Null gebracht und dann beginnt die erste Season von Dota 2 und das ist etwas, was viele Leute spannend finden, viele Leute kritisieren. Aber ich glaube, die meisten Leute interessiert das gar nicht. Das Schlimmste dabei ist halt, dass man die MMR resettet, das heißt, all die Leute, die jetzt zum Beispiel mit dem International Battle Pass von 2017 ihre MMR rekalibriert hatten, sind halt ein bisschen jetzt gefickt, weil das eher so ein 31er Move von Valve tatsächlich ist, zu sagen, jo, ihr habt ihr Geld, ihr könnt euch rekalibrieren. Oh shit, ja, vier Monate später machen wir ein neues Ranking-System, ja, get fucking wrecked, so. Ja, das ist ein bisschen, naja, aber ich weiß nicht. Die größte Sorge ist, denke ich mal, für viele Leute, da es ein Season-Rank ist und der alle sechs Monate, Pi mal Daumen, resettet werden soll, dass man dann natürlich abfällt oder dass es mehr in diese Grinding-Sache rangeht, weil bis jetzt war es halt so, du spielst halt zehnmal Ranked und wenn es eine MMR ist, die dir gefällt, spielst du nie wieder Ranked. Oder wenn es eine MMR ist, die dir nicht gefällt, spielst du halt mehr Ranked, ja, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich, ja, viele Leute denken halt, ja, man wird es richtig hart zu Leech of Legends, man hat Angst, dass nur dieses MMR-System wegwirft, was meiner Meinung nach ein ziemlich gutes System ist, weil mir das ganze Eno-System dahinter nicht gefällt. Alter, das ist halt einfach zu simpel, ja, MMR ist ein bisschen komplexer, da kannst du sagen, ah, okay, ich bin 2,5K, alle wissen, oh, er ist 2,5K, ja, dann weiß aber ein anderer auch, 2,5K geht schon in Richtung 3K, ja, wenn du sagst, yo, ich bin Silver 2, Alter, oh, wow, Silver 2, nice, weißt du, wie ich meine? Nein, das ist halt irgendwie, ja, total weird, ich hoffe einfach, dass Wolf da nicht in diese Elo-Schiene abrutscht, denn andere Spiele, wie beispielsweise Quent, haben sich vom MMR-System, was Gott hat zur Zeit noch verwendet, auch eine Scheibe abgeschnitten und haben da auch ziemlich geile Rankeds gemacht damit, ja. Das ist halt etwas, wovon ich auch ein bisschen Angst habe, tatsächlich, aber ich bin auch gespannt, wie sich das alles verhalten wird, weil ja nicht nur die Ranked-MMRs und auch die Hidden-MMR fast auf 0 gesetzt wird, das bedeutet, dass alle, ja, theoretisch zumindest am ersten Tag oder in den ersten Stunden auf demselben Level spielen, das bedeutet, man trifft vielleicht auch mal Pros und wird gerackt oder bekommt Easy-MMR, ja. Aber es ist so, wie gesagt, ein ziemlich zweiseitiges, schneidiges Schwert, ich bin gespannt, wie das wird, die nächsten Informationen werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen slash Wochen kommen, denn es wurde einfach nur mal angeteast bzw. erklärt, was Wolf machen will, aber es wurde noch nicht so viel Knowledge gedroppt, ja. Ich bin gespannt, wie das wird, aber generell, wie gesagt, das Update ist einfach sehr interessant, es ist sehr, sehr insane mit vielen Talenten, mit vielen Heldenveränderungen, mit den Map-Changes, die generell, oder auch die Deny-Changes und die Attribut-Changes. Man merkt, dass Wolf von diesen 50 Minuten Games wegkommen will, was meiner Meinung nach ein richtiger Schritt ist, vielleicht jetzt nicht unbedingt in die klassische Dota-Richtung, aber ein Schritt zumindest, um das Matchmaking besser zu machen, um generell die Qualität des Spiels besser zu machen, weil viele Leute haben halt keine 50 Minuten Zeit, ein Dota 2-Match zu machen. Klar, da werden jetzt viele sagen, ja, dann spiel doch Dota Turbo, aber Dota Turbo ist halt, du verlernst das Spiel wirklich richtig zu spielen, durch die Mechanics, die Dota Turbo drin sind und das ist halt ein Problem, meiner Meinung nach, das habe ich ja mein Commentary auch gesagt. Und ja, das Update ist ziemlich geil tatsächlich bis jetzt, ich freue mich auf Dinge, die hoffentlich noch geändert werden, Dark Willow, aber sonst tatsächlich gar nicht so schlecht, das ist auch das erste Update, was ich auf dem Testserver lange gespielt habe und auch das erste Update tatsächlich, wo ich mir sage, beziehungsweise wo ich nicht ganz negativ rangegangen bin, ja, das ist ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Und ja, was haltet ihr von dem Update, findet ihr das gut, findet ihr das schlecht, findet ihr das zu Reach of Legend-mäßig, seilt ihr da auch eher auf der Meme-Seite oder was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Comments oder sonst wo hin, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bis zum nächsten Mal hoffentlich!